Willkommen, schön, dass wir dabei sind bei einem Aktionär-TV-Experten-Interview. Und den heutigen Experten sehen wir schon, Florian Söldners Familie. Hallo. Grüß dich. Viele Themen hast du uns heute wieder mitgebracht. Wir starten gleich mal mit dem großen Thema Wasserstoff in die Sendung, Plug Power. Es gibt einen neuen Kooperationsvertrag mit Lightning Systems, heißt der Konzern, glaube ich. Um was geht es genau? Was macht Lightning Systems? Was machen die beiden zusammen? Was wir machen, sieht man schon hier. Man macht hier Antriebe eben für größere LKWs. Plug Power hatte schon letztes Jahr überraschend hier mit DHL-Transportern Benchstoffzellen geliefert, die ersten 100. Und wir haben ja DHL nachgefragt damals, die sagten, eigentlich ist hier die Kostenparität erreichbar in den Diesel. Die Bedriebskosten sind so niedrig. Da ist schon mal die Fantasie von 100 vielleicht auf alle 100.000 Vans zu gehen von DHL. Das ist das eine. Und jetzt eben geht man einen Schritt höher, eben auch für größere LKWs, für schwere LKWs und Benchstoffzellen-Systementwicklung gemeinsam mit Lightning kann man dann in Kombination mit der Batterie so ein Produkt anbieten künftig. Sehr spannend. Und Hauptprodukt, was auch sehr schnell wächst, aber gerade ein bisschen vielleicht Gegenwind bekommt, ist eben für Automobilhersteller oder für Amazon eben solche Gabelstapler. Wir wissen ja, wir kommen gleich nochmal zu, Automobilbranche ist gerade richtig schwierig. 90 Prozent Einbrüche, zuletzt in China etwa beim Verkauf. Aber Plug Power zeigt, dass man die ganze Bandbreite von Wasserstoff anbieten kann. Jetzt nochmal die Bundesumweltministerin gesagt, man will so schnell wie möglich den Wasserstoff hochlaufen lassen. Also es gibt weltweit Rückenwind für das Ganze. Wir hatten jetzt auch mal ein paar Einbrüche die letzten Tage. Aber Plug Power ist eine der stabilsten Aktien. Haben hier ein Depot 2030 und haben hier auch nicht daran gerührt, lassen die Gewinne laufen. Und selbst Plug Power-Chef Andy Marsch, den wir ja zuletzt im Interview hatten, im Aktionär auch, der uns gesagt hat, man hat exzellente Beziehungen. Unsere BMW, Mercedes hofft hier auf weitere Aufträge, gerade hier für Fabrikfahrzeuge. Andy Marsch hat selbst nochmal für rund eine Million Aktien jetzt gekauft. Also ein Vertrauensbeweis. Schön im Aufwärtstrend und relativ stabil. Es gibt andere Wasserstoffaktien, die hat es ein bisschen Schärfe erwischt. Wir würden im Zweifel daran festhalten, gerade auch an Player, die relative Stärke zeigen wie Plug Power. Du hast die trotzdem scharfe Korrektur ja gerade erwähnt. Wir schauen jetzt noch auf Ballet Power. Es hat ja viele Wasserstoffwerte erwischt und ihr habt ja im Depot 2030 sehr viele Werte auch drin, die sich um das Thema Wasserstoff drehen. Hat dich das jetzt zuletzt ein bisschen unter Druck gesetzt zu agieren oder wie geht dir das jetzt vor? Also wir wissen ja, was wir machen und was wir drin haben. Wir haben beispielsweise derzeit rund ein Drittel Cash. Wir haben bei vielen Wasserstoffaktien immer wieder auch mal Gewinne mitgenommen. Power Cell die Hälfte realisiert, Seras alles realisiert. Bella Power wurde schon ausgestoppt, schon hier unten. Wir haben diesen scharfen Anstieg verpasst im Depot. Aber jetzt sind wir auch auf der bequemen Seite zu sagen, jetzt können wir hier mal schön abwarten, wo die Aktie hinkommt. Hier haben wir ein bisschen eine schärfere Korrektur gerade. Ist auf der Empfehlungsliste bei uns, nicht im aktiven Depot derzeit, aber unbedingt eine Aktie, die wir beobachten. Vielleicht mal einzusammeln jetzt die nächsten Tage. Wir hatten ja auch mit dem Chef hier ein Interview gemacht, mit Bella Power und jüngst noch mal die Meldung gesehen, dass hier ein Startup aus Deutschland, HPS, eben jetzt startet, die ersten Wasserstoff-Smart-Homes auszurüsten, eben mit Bella Power-Brennstoffzellen, hat der HPS uns im Interview auch gesagt, mal sehr überzeugt von der Qualität dieser Zellen. Auch das wird ein richtig starker Markt. Wie gesagt, wir warten hier mal ab. Kaufen noch nicht aktiv ins Depot, aber ganz darf der Watch das bei uns. Tesla, machen wir mit dem Thema weiter. Im April habe ich gelesen, könnte es da spannend werden, Investorenveranstaltung, Batterietag, wie das Ganze genannt wird. Was kann man sich davon erwarten? Die Batterietechnologie ist da sehr wichtig. Beispielsweise, als Chef ist auch das Kursziel zwar angehoben auf 800 Dollar, aber das Rating von Kauf und auf Hold zurückgenommen, weil man sich das eben genauer angucken will, gemeinsam mit Panasonic, wie weit ist man im Bereich Batterie und wie ist das Marktpotenzial im Bereich Batterie und wie ist vor allem das Marktpotenzial bei den Autos. Spannend wird die Auslieferung. Das Model Y war jetzt ab März. Wir hatten ja auch gesagt, Gewinne, grundsätzlich kann man mal eine Restposition laufen lassen, hat der Aktienär ja gut empfohlen gehabt, die Aktie, aber ab 1000 Dollar wird es dann wirklich eng und spannend. Hoffentlich war das kein Omen, das jetzt ein bisschen düster wird hier. Wie gesagt, sehr teuer bewertet, auch sehr spannend. Man hat sich auch relativ stabil gehalten, muss man mal sagen, in diesem Markt. Also Daimler und BMW Aktien, die Charts sind zerstört, kurzfristig. Die sehen schlimmer aus als Tesla. Das hat sich noch relativ gut gehalten. Rein sehr hoch gelaufen, insofern auch gefährlich. Vielleicht mal, ich habe jetzt oft viele Leser, wir erhalten gerade auch Leute, die Wasserstoff im Investitionen oder Wasserstoff kaufen wollen. Die Frage nach der Blase bei Aktien wie Tesla und Co., ich habe jetzt einen geantwortet. Wir hoffen natürlich das Beste, aber wir rechnen mit allen. Ich bin ja auch schon ein paar Jährchen dabei. Damals schon zur Jahrtausendwende, den Internetboom und Crash mitgemacht, Solarbereich mitgemacht, haben wir gleich nochmal extrem nach oben, extreme Korrekturen. Wenige haben überlebt, aber die richtig. Nur mal eine Zahl nochmal. Für die jüngeren Zuseher, die vielleicht jetzt erst einsteigen und denken, das geht immer linear nach oben. Amazon zum Beispiel, eine richtig geile Erfolgsaktie sozusagen, die hat 2001 im Internetcrash mal 98 Prozent verloren und korrigiert, um danach dann über 40.000 Prozent zu steigen. Also da ist wirklich gerade bei solchen Hypes in alle Richtungen sehr, sehr viel möglich. Immer handlungsfähig bleiben, immer ein bisschen Pulvertrocken halten, nie all in, schön verteilen auf alles. Und vor allem solche Positionen aktiv managen, nicht augenzollend durch, würde ich nicht bei jeder dieser Aktien empfehlen. Anfang der 2000er war ich noch nicht quasi live mit dabei, aber in den zwölf Jahren, wo ich bin, habe ich auch schon sehr viel hin und her miterlebt, was die Solarbranche angeht. Aktuell läuft es wieder sehr, sehr gut bei den meisten Werten. Wir sehen auch gleich noch eine Grafik, was das Wachstum der Photovoltaikanlagen angeht. Nachdem es jetzt schon so gut läuft oder ja weiterhin, wird es, die Frage ist, wird es so weiter gehen? Sollen wir weiter die Gewinne laufen lassen? SolarEdge, ganz klar, ist im Depot 2030 im HotStock-Report SolarEdge die beste Schlagaktie, die wir haben. Wir haben ja auch SMA und darf mal ein Aktionär lesen die Woche, haben wir ein Interview wieder mit SMA-Fahrstand. Und SMA-Solar-Fahrstand selbst, der uns immer wieder gesagt hat, wir sind sehr, sehr stark bei Großanlagen. Der hat den Hut gezogen für den Erfolg von SolarEdge. Ich bin gestern mal durch die Siedlung bei mir, wo eine neue Solaranlage gebaut wurde. Ich bin ja nicht gleich hin, ich interessiere mich ja für Solar, mit dem Installateur gesprochen, den ich ja schon länger kenne. Und der hat mir gesagt, mittlerweile baut er 90 Prozent der Anlagen mit SolarEdge-Wechselrichtern und vor allem auch mit Optimizern. In Amerika ist das ein Riesenboom, an jedes Modul einzeln nochmal einen Optimizer ranzuschalten, um Verschattungen zu vermeiden, 20 bis zu 20 Prozent mehr Strom rauszuholen aus den Solarmodulen. Und das ist natürlich ganz da in Deutschland auch angekommen. Das sagt SMA, bietet das auch an, aber ist noch lange nicht so einfach wie das SolarEdge-System. Das boomt, wir haben es gesehen, um 60 Prozent die Umsätze gesteigert. Daher jetzt nochmal der Ausbruch. Und wir halten auf jeden Fall an so einer Gewinneraktie fest im Depot 2030, zumal wir ein KGV von 25 haben. Ist günstig in diesen Zeiten. Wir lassen ganz da die Gewinne laufen und haben jetzt sogar nochmal eine neue Solar-Aktie dazugekauft ins Depot. Die folgt dann jetzt, wenn ich richtig informiert bin, Jinko Solar. Genau, Jinko Solar ist auch eine Empfehlungsliste. Schon seit einigen Monaten, wir haben ja einen schönen Turnaround gesehen und hier vor allem nochmal schönes hohes Handelsvolumen über die Signallinie und hält sich auch relativ gut in diesen Tagen auch nochmal ins aktive Depot 2030 gekauft, weil Solar und Photovoltaik den Vorteil hat, natürlich nicht so konjunktursensibel zu sein wie andere Branchen. Automobilbranche ist gerade schwierig. Da ist natürlich die Sonderbranche nicht so betroffen und ist ein schöner Ausgleich dazu, weil es eben nicht so korreliert. Apropos Automobil. Wir gucken jetzt auf Samsung SDI und sehen jetzt auch gleich ein Bild des 5er BMW. Genau, Samsung SDI ist ja, wir haben jetzt Presseberichte, dass BMW jetzt eben noch schneller als gedacht den 5er und den 7er eben auch vollelektrisch springt in den nächsten Jahren, was sehr positiv ist für den großen Batteriepartner von BMW, eben Samsung SDI. Auch Kettle liefert Batterien, aber gerade, ich hatte ja gesprochen, BMW für in Deutschland produzierte Autos liefert dann hauptsächlich Samsung SDI, die ja die Produktion zwischen 2018 und 2021 vervierfachen. Also da geht es richtig los bei Samsung SDI und die Aktie. Werden wir auf den Chart nochmal kurz sehen. Wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, dass wir grundsätzlich daran festhalten, aber dass natürlich man nach unten gehen kann. Kam schneller als gedacht. Wir hatten tatsächlich am Freitag mal ein Drittel der Position für unsere Leser empfohlen, rauszunehmen im Depot 30. Am Groder Position halten wir fest und jetzt kommt eben das Niveau, wo tatsächlich wieder eine Nachkaufgelegenheit entsteht. Wie gesagt, günstig bewertet. Das gibt diesen Batterie-Eingpass. Jetzt jüngst wurde der Audi e-tron nochmal gestoppt, das zweite Mal, ganz aktuell, weil man nicht an Batterien kommt. VW kauft hauptsächlich von LG, aber eben auch Lieferant ist Samsung SDI gut möglich, dass man da jetzt noch mehr Chancen hat, für Samsung SDI zu liefern. Die Margen dürften stark sein, wenn zu wenig Batterien da sind. Top-Manager aus der Automobilbranche hatten gesagt, die Batteriepreise fallen leider aktuell nicht mehr für Elektroautobatterien, sondern sind stabil bis steigend. Klar, weil es zu wenig gibt. Top-Umfeld. Insofern ist diese Krise, die wir sehen, man muss sagen, Samsung SDI ist ja in Korea. Auch da ist die Corona-Aktivität leider gestiegen. Muss man beobachten, aber ich denke, das Leben geht weiter. Insbesondere für Samsung SDI. Insofern sind wir hier eher auf der Kaufzeit jetzt wieder. Apropos Corona und die Angst vor den Folgen des Coronavirus. Da gibt es ja auch, deswegen gab es die allgemeine Marktschwäche. Da haben wir viele Kollekturen bei den letzten Werten gesehen. Barry Gold wiederum oder Gold, Silber, Edelmetalle, die profitieren davon? Genau, wir haben ja die Turnaround-Formel. Du weißt, wir scannen da quasi täglich tausende Aktien nach diesen Charts, die ein bisschen zeitwärts laufen oder unten liegen, vergessen wurden und dann anlaufen. Und wir haben in der großen Jahresausgabe Turnaround war ein Top-Favorit für 2020, Barrick Gold. Weil wir haben Turnaround-Signale, Kaufsignale für den Goldpreis an sich und eben auch Barrick Gold. Wir haben jetzt aktiv die Aktien ins Depot 30 nochmal gekauft. Daher wird auch unser Gold-Experte Herr Busler bestätigen können, Herr Markus, dass Gold derzeit eine gute Idee ist zur Beimischung. Und gleichzeitig haben wir eine zweite spannende Aktie gekauft, die Turnaround-Formel. Da geht es eben um die Lösung gegen das Coronavirus. Laut Blumberg hat jetzt ein Assistant Director der WTO gesagt, WHO gesagt, dass es im Prinzip eine Einrichtfirma gibt, die ein Medikament in einer Pipeline hat, was hier die Lösung bringen kann. Das ist die, die wir jetzt aktiv gekauft haben. Und so sollte ein Turnaround-Chart aussehen. Liegt jahrelang unten, unbeobachtet. Da kommen plötzlich Handelsvolumen rein. Wir haben die Aktie gekauft, schon letzte Woche, bevor dieser Ausbruch so deutlich wurde. Da wusste das System quasi wieder ein bisschen mehr als wir oder früher als wir. Es ist jetzt schon hier die Aktie. Einfach mal nachlesen, eine Turnaround-Formel. Ist eine gute Idee, gerade in schwierigen Märkten, weil in schwierigen Märkten der Backtest zeigt, ist ein System, was auf Aktien setzt, die von unten kommen, nicht von oben, noch besser gegen den Gesamtmarkt. Gut, da sind wir gespannt. Das war es erstmal für heute. Dankeschön, Florian. Danke, Marco. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.